Hier bei SPS-TV am Stand vom Konradin Verlag steht jetzt neben mir Thorsten Ebach von EKS Engel. Herr Ebach, Sie bieten Lichtwellenleiterlösungen an. Was sind bei Ihnen die Neuheiten auf der Messe dieses Jahr? Wir haben ein neues Produkt, das nennt sich X-Lite. Das ist ein optischer Umschalter, der wirklich im Fehlerfall und auch bei Spannungsausfall die optische Faser physikalisch umschaltet, was einen ganz neuen technologischen Ansatz darstellt. Welche Zielgruppe wollen Sie denn damit ansprechen? Es geht insbesondere um Applikationen und Kunden, die auf Ausfallsicherheit und Verfügbarkeit setzen und vielleicht die Verfügbarkeit in bestehenden Anlagen erhöhen oder nachrüsten möchten. Weil dieses System ist insofern perfekt geeignet, als dass es komplett protokollunabhängig ist und auch herstellerunabhängig nachrüstbar. Was sind die Stärken von EKS Engel? Ja, man kann eigentlich wirklich sagen, alle europäischen Hersteller oder die namhaften Hersteller stellen natürlich technisch gute Produkte her. Und man kann sich, was die Hard Facts angeht, nicht oder nicht leicht vom Wettbewerb abheben, Temperaturbereiche und alles Mögliche. Das wird eh erwartet. Bei uns ist die Stärke wirklich die, dass wir ein mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen sind, Made in Germany produziert, Hard und Software aus einem Haus. Und somit können wir natürlich perfekt auf kundenspezifische Lösungen reagieren und uns sehr schnell den Gegebenheiten und den Wünschen unserer Kunden anpassen. Ja, dann ist die SBS ja die perfekte Messe für Sie, um sich nach außen für Ihre zukünftigen Kunden gut zu verkaufen. Wünsche ich Ihnen viel Erfolg auf der Messe und vor allem auch vielen Dank für das Interview. Vielen Dank.